Hey Freunde, kommen wir zum Vorbotenauftrag, sprich mit Charakteren und übermittle die Warnung der Vorboten. Da die Aufgabe etwas tricky ist, machen wir die kurz einmal zusammen. Der erste Charakter wird uns hier noch angezeigt bei Grazy Grove, beziehungsweise bei dem kaputten Tacos Gebäude. Dort begeben wir uns dann kurz hin. So, hier angekommen, müssen wir jetzt hier unten ins Gebäude rein. Dann läuft der NPC hier vorne schon. So, kurz ansprechen, hier einmal das ganz linke auswählen. Zack, bestätigen. So, wie ihr seht, haben wir damit 1 von 3. Den zweiten Charakter finden wir hier bei der schwebenden Tankstelle. Dort begeben wir uns dann auch einmal kurz hin. Hier angekommen, bewegen wir uns hier einfach rein. Dann läuft der NPC hier vorne schon. Gut zu erkennen an der Sprechblase. Wählen wir wieder das ganz linke aus, bestätigen das. Warten kurz ab. So, wie ihr seht, haben wir damit 2 von 3. Und den letzten NPC finden wir hier rechts oberhalb von Lastraus Lagoon. So, den NPC selber sehen wir hier auch. Gut an der Sprechblase. Hier kurz einmal hinlaufen. Anquatschen. Das ganz linke auswählen. Zack, bestätigen. Und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020